Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Cassidy im Schlepptau. Das kann nur eines bedeuten. Er hat vor, die Wetermaschine in Betrieb zu nehmen. Drecksack. Das Experiment war nur dazu da, uns abzulenken. Er hatte schon alles beisammen. Es bleibt nur ein Ort. Er müsste jeden Moment im Meteorologie-Sektor der Hawksbill-Wetterstation ankommen. Audrey ist schon aufgebrochen, um ihn aufzuhalten. Aber selbst mit Cassidy ist sein Vorsprung zu groß. Nein, warte. Wir müssen klären, was du zu tun hast, wenn du da bist. Ganz kurz. Ich brauche ihn lebend. Gut. Wenn er nicht mehr lebt, erfahren wir auch nichts über seine Krankheit. Damit wäre jahrelange Forschung dahin. Danke. Auch wenn er sich wehren wird, wir brauchen ihn lebend. Wegtreten. Endlich. Ich dachte, du kommst nicht mehr. Er hat mich ausgesperrt, aber ich habe den Start unterbrochen und uns Zeit verschafft. Es ist nur eine Frage von Minuten, bis er sie erneut starten kann. Ich kann das einfach alles nicht glauben. Ich hasse ihn so sehr. Ja, und zwar endgültig. Er muss sterben. Meine Güte. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Er lässt mir wirklich keine Wahl, oder? Aber es stimmt. Bitte. Er muss sterben. Er darf das nicht nochmal tun. Versteh doch. Oberlin denkt, dass wir das alles noch gerade rücken können. Er irrt sich. Uns gehen die Optionen aus. Das Experiment belegt es. Wenn er am Leben bleibt, befreit er sich vielleicht und tut es wieder. Er ist nicht nur ein Monster, sondern auch ein Manipulator. Er muss sterben. Bitte. Wir müssen das beenden. Glaub mir. Ich weiß, dass ich langsam selbst verrückt klinge, aber es geht nicht anders. Ich öffne dir die Türen zum obersten Stockwerk. Komm irgendwie dorthin. Dort wimmelt es vor Verlorenen. Vermutlich dank ihm. Sei vorsichtig. Ich melde mich über die Lautsprecher bei dir. Los. Bitte. B-Bitte. Sprich jetzt nicht mit mir. Okay. Damit kommst du rein. Du kümmerst dich um die Verlorenen. Ich mich um das Feld. Wir finden dich, Bestherr. Du machst uns keiner. Ich seh' fliegt mir. Es tut so weh. Ich seh' Ich seh' Ich seh' Zerstören ist das gar nichts. Wer Wer krascht Hier Fluch der Schmuck Gert HAAAHH Duh 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 Sehr gut. Fast geschafft. Ein letztes noch. Oberlin. Gott, du hast mich fast zu Tode erschreckt. Wie ist die Lage? Wir kotzen keinen Strom aus, das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Wie? Wir haben ihn immer noch nicht. Los jetzt, wir müssen uns beeilen. Wie? Töten? Bist du verrückt? Nein, wir brauchen ihn lebend. James, es ist zu riskant, ihn am Leben zu lassen. Er muss sterben. Befolge die Befehle, Soldat. Gefühle haben hier keinen Platz. Wir brauchen ihn lebend. Dafür ist es zu spät. Bitte beende es eins für allemal. Es ist offen. Geh rein! Sei gegrüßt. Schön, dich wiederzusehen. Entschuldige, dass ich dich vorhin hinters Licht geführt habe. Ich brauchte etwas, um ihre Aufmerksamkeit zu lenken. Aber ich warne dich. Alle Versuche, mich umzustimmen, werden vergebens sein. Kehr lieber um, solange du noch kannst. Zu spät? Wofür zu spät? Für eine Lösung unserer Probleme? Kannst du es nicht sehen? Mein Liebling, hier an meiner Seite. Sie kam mit mir her. Folgte jedem meiner Schritte. Verstehst du nicht, was das bedeutet? Anders als die anderen dürftest du es noch verstehen. Was weißt du schon über uns? Du kannst nicht einmal begreifen, was wir sind. Monate bevor sich unsere Wege kreuzten, stand ich hier mit Cassidy, genau wie vor zehn Jahren. Ich nahm die Maschine in Betrieb und bettelte um eine Lösung. Oder wenigstens die Erlösung aus meiner Einsamkeit. Die Ergebnisse fielen aussagekräftiger als beim ersten Versuch aus. Der Sturm, den du da siehst? Die zerrüttete Landschaft? Ein Ergebnis dieses Wagnisses. Das würde einen Misserfolg bedeuten. Es war keiner. Im zweiten Anlauf habe ich große Fortschritte gemacht. Cassidy hat sich beruhigt. Sie gehorchte plötzlich meinem Willen. Sie folgte meinen Schritten. Sie sah mir wieder in die Augen. In dieser Glückseligkeit rannten wir zurück zum Atrium. Hand in Hand. Wir rannten wie zwei Schulkinder, während diese teuflische Maschine Verderben säte. Ich habe etwas Wichtiges über meine Macht gelernt. Ich bin die Schwerkraft, die sie brauchen. Ich bin ihr Schiff. Inmitten dieses Sturms. Ihre Rettung. Nur für kurze, flüchtige Momente. Monatelang habe ich Hilda und Audrey zur Lösung hingetrieben. Ich wusste, dass das Steuerungssignal in mir steckt. Sie mussten es nur noch isolieren, dekodieren und replizieren. Um unsere Maschine meinem Willen zu unterwerfen und mich mit unseren verlorenen Kindern zu verbinden. Aber den Unterschied hast du gemacht. Ohne deinen Tatendrang wären wir nicht weitergekommen. Nun, bevor wir das hier beenden, möchte ich dir nochmals dafür danken, als Katalysator des Wandels gedient zu haben. Bringen wir es zu Ende, ja? Ich habe noch etwas zu erledigen. Ich fürchte, Vergebung für meine Sünden können weder von Gott noch von dir kommen. Oh Gott! Du mieser Verräter! Das war's doch nicht! Aua! Das war's doch nicht! Hey! Ja! Ich brauche Hilfe hier drüben! Verdammt! Die Beidenskommstelle! Die Beidenskommstelle! Die Beidenskommstelle! Alle hier! Die Beidenskommstelle! Wie die Bestien! Die Reißen und Schneiden! Aua! Danke! Verdammt! 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 Fertig! Das war die schlechteste Entscheidung deines Lebens. Das war's noch nicht. Verdammt! Das war's noch nicht. Au! Du mieser Verräter! Aua! Verdammt! Für meine Cassie erdulde ich alles. Scheinbar habe ich deine Kraft unterschätzt. Für mich scheint sich wohl alles zum Schlechten zu wenden. Nicht wahr? Das ist also deine Lösung? Mich einzusperren wie ein wildes Tier? Wie kurzsichtig! Es gibt noch einen Weg. Du musst das nicht beenden. Du kannst mir helfen. Könntest du doch nur sehen, was ich sehe? Wenn du das Funkeln in ihren Augen sehen könntest. Es gibt Hoffnung. Sie ist da drin. Alle sind sie es. Ich kann das Verbindungsstück sein. Hilf mir! Nur noch dieses eine Mal. Dieser Sog zwischen uns. Jeder einzelne Schritt. Jeder einzelne Schritt. Perfekt repliziert. Perfekt repliziert. Also bitte. Hilf mir! Geh einfach, verschwinde von hier und lass mich meine Arbeit machen. Es wird sich für dich lohnen, wenn du sie mich ungestört nach Hause bringen lässt. Sie werden wieder Teil einer Familie. Sie werden dadurch nicht nur zu weiteren aggressiven, unberechenbaren Verlorenen. Wir werden wieder vereint. Friedvoll werden sie mich umkreisen. Ich bin zu schwach zum Kämpfen. Tu, was du willst. Dummkopf. Gut. Er atmet noch. Beeil dich und schalte diese Maschine ab. Wir holen ihn später wieder. Ich habe dir vertraut. Verdammt. Es kommt dir viel. Du hast top Arbeit geleistet. Ich wusste, du würdest das richtige tun. Du hast uns gut gedient. Ich bin froh, dass wir dir vertraut haben. Jeb, du gehörst wirklich zu den Guten. Kein Zweifel. Gut, dass wir auf derselben Seite sind. Jemanden wie dich hätte ich ungern zum Feind. Ah. Da hast du ja noch Platz an der Wand. Das geht auch. Und zwar einen Guten. Es kommt dir sicher vor, als wäre er gut weggekommen. Aber glaub mir, so ist es nicht. Er wurde ruhiggestellt und erholt sich von der Tracht Prügel, die du ihm verpasst hast. Aber sobald er aufwacht, endet die Schonzeit und die Forschung beginnt. Er ist der Schlüssel zu den Verlorenen. Aber niemand wird jemals von seiner Beteiligung erfahren. Du kommst ein paar Jahre zu spät. Hätte ich nicht besser sagen können. Keine Sorge. Wir kümmern uns um das Chaos, das uns der Drecksack hinterlassen hat. Aber, ähm, hör mal. Ich kann dir keine Ehrenmedaille verleihen. Ich hab keine. Aber ich würde, wenn ich könnte. Du hast dir meinen Respekt selbstverständlich mehr als verdient. Ich hoffe, das bedeutet dir etwas. Lass dich bloß bald wieder blicken, okay? Das ist dein Befehl. Das ist dein Befehl. Untertitelung des ZDF, 2020